Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Na ja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Der kommt in ganz gefährliche Regionen. Kopf ist oben und der Ball ganz lang gespielt. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Das könnte was werden. Da hat er jetzt reichlich Platz. Tür zu, vor und runter, kein Vorbeikommen. Bei wem der wohl landet? Vargas. Er hält drauf. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Den will er ganz vorne reinspielen. Reingeschlankt. Und der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Vargas. Großartige. Großartige. Er bringt ihn. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Vargas. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Sauberer Vorstoß. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Der kommt in ganz gefährliche Regionen. Kopf ist oben und der Ball ganz lang gespielt. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Das könnte was werden. Da hat er jetzt reichlich Platz. Tür zu, vor und runter, kein Vorbeikommen. Bei wem der wohl landet? Vargas. Er hält Raum. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Den will er ganz vorne reinspielen. Reingeschlankt. Und der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Vargas. Großartige. Er bringt ihn. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Vargas. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Großartige. Er bringt ihn. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Vargas. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Sauberer Vorstoß. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Der kommt in ganz gefährliche Regionen. Kopf ist oben und der Ball ganz lang gespielt. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Das könnte was werden. Da hat er jetzt reichlich Platz. Tür zu, vor und runter, kein Vorbeikommen. Bei wem der wohl landet? Vargas. Er hält drauf. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Der will er ganz vorne reinspielen. Reingeschlankt. Und der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Vargas. Großartige. Er bringt ihn. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Vargas. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Sauberer Vorstoß. Aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einfach mal lang nach vorn. Da sollte der Pass hin. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Was ist ein...